Sondersendung, Sensation, 56% sind möglich mit dem Kanzlerkandidaten Dr. Rainer Füllmich vom Corona-Ausschuss, von der Basispartei. Wenn jetzt alle an einem Strang ziehen, alle fusionieren und so weiter. Denn wir haben einen ganz großen Denkfehler gemacht. Wir haben immer nur von 20% geschrieben. Das ist Quatsch. Es sind ja noch viele Wahlen vor der Bundestagswahl. Und bis dahin kann man es schaffen, so bekannt zu werden, dass auch die 56%, die die externen Experten mit ihren Parteiprogrammberatungen erzeugen können. Also die Next Scientists for Future haben ja in einer simulierten Bundestagswahl 56% bekommen. Deswegen müssen wir diese Reformkompetenzen auf das Programm rund um Kanzlerkandidat Dr. Rainer Füllmich vom Corona-Ausschuss zentrieren. Und dann können wir das noch schaffen. Ich habe das erst begriffen, als jemand sagte, dass Michael Ballweg sozusagen schon eine Wahl verballert hat. Verballert hat dieser Ball weg. Ja, dieser Ball ist also schon weg. Also dieser Ball weg sozusagen. Wortspielereien, ja. Also er hat quasi den Riesenfehler gemacht, ohne die externen Berater mit den 56% Potenzial. Da hätte man für die Oberbürgermeisterwahl da also ein Programm speziell für die Stadt und die Region machen müssen. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen für die Next Scientists for Future. Und dann hätte man vielleicht schon den Achtungserfolg von 7% erzielen können. Und es sind ja noch ein paar Wahlen angeblich vor der Bundestagswahl. Und bis dahin kann man sich hocharbeiten und die ganzen 56% abräumen. Und der Witz ist, auch wenn wir das nicht ganz schaffen würden, Kanzler werden kann man doch schon. Man braucht doch quasi, braucht doch letztendlich nur 1% mehr als die CDU. Und wenn eine neue Partei kommt und die CDU dann runtergeht, was weiß ich, auf 25%, dann braucht man ja nur 26% und kann den Kanzler stellen, ja. Also, oder vielleicht kann man ihn auch gegen die CDU stellen, wenn die CDU größer wäre, aber man die zweitstärkste Partei wäre, dann kann man auch noch den Kanzler stellen, wenn man mit dem Rest koaliert, der noch dann im Parlament ist. Also Leute, großer Fehler von uns. Wir haben gar nicht gesehen, wir nix 20%, 56% sind unser Ziel oder mindestens die Kanzlerschaft ist das Ziel, ja. Also ich lese es gerade euch nochmal vor, jetzt hier. Ah, wo ist es? Ganz oben wahrscheinlich, ja. So. Na, bleibst du stehen. Wäre super, wenn Dr. Rainer Füllmich ganz provokant als Kanzlerkandidat aufgestellt würde. Denn die drei Beratergruppierungen, siehe unten, der Kanzlerkandidaten, bringen Programm mit Chance für 56%. Jedenfalls dann, wenn der Anteil an den Reformen und an dem Programm sozusagen von den Next Scientists for Future relativ hoch ist, auf jeden Fall sollten die anderen, die Gemeinwohlökonomien und Economy for Mankind und Lösungen jetzt, Punkt jetzt, als Kontrapunkte und Berater und Provokateure mit dabei sein, damit es dann auch wirklich ein gutes fundiertes Programm wird und das auch alle verstehen. Ja, also es sind noch genug kleine Wahlen. Wenn ich gewusst hätte, dass Ballweg ja eine Wahl hat und zur Wahl stand, ja, dann hätten wir dafür vielleicht schaffen können, dass er diese Wahl nicht sinnlos verballert. Also noch einmal ganz klar die Aussage. Wer meint, er könnte ohne das Programm der Next Scientists for Future und der anderen beratenden Experten zu der Wahl antreten? Das ist ein Witz. Das ist völlig chancenlos. Ihr könnt nicht aus dem Boden ein Programm stampfen, das so gut ist wie das, wofür die besten Professoren der Welt 52 Jahre gebraucht haben. Die Partei, die Basis oder wir 2020, die ja hoffentlich miteinander fusionieren, bräuchten selber alleine 52 Jahre auch. Und das nur, wenn sie die besten Wissenschaftler in ihren Reihen hätten. Und das haben sie nicht, ja. Also werden sie es nie schaffen, solch ein kompetentes Wahlprogramm zu erstellen, das bei den Wählern offene Türen einrennt. Also, es sind noch genug kleine Wahlen, um bekannt zu werden und dann bei der Bundestagswahl tatsächlich 56 Prozent zu bekommen. Leider hat Michael Ballweg den Riesenfehler gemacht, ohne ein Programm der Berater anzutreten. Erste Chance verballert, verballert 2,6 Prozent. Dieser Ball weg ist. Ball weg. Ja, also, das war ein Riesenfehler. Aber jetzt haben wir wenigstens begriffen, durch den Hinweis bei einem Kommentar, dass ja die 56 Prozent noch möglich sind. Ja, es braucht ja nur zwei, drei Landtagswahlen vor der Bundestagswahl. Und ich glaube, wir haben ja ein super Wahljahr. Müsste mal nachprüfen. Also, auf jeden Fall, sozusagen, hier, jetzt gilt es. Na, wo bin ich denn hier? Na, was ist denn jetzt los? Ich muss das schneller ziehen. Hier, komm. Eilmeldung. Da sind wir wieder. Ja, also, Leute. Und wo findet ihr jetzt ganz schnell immer die neuesten Infos darüber? Ihr gebt einfach. Ich mache das gerade mal hier für euch. Ich gehe jetzt mal hier irgendwie, gehe jetzt mal hier hin. Ah, was ist denn das hier? Ich gehe jetzt hier einfach mal oben in die Suchzeile. Das ist jetzt hier Google Chrome. Aber das geht auch bei Firefox. Da gibt ihr einfach nur 5, 6 Buchstaben ein. N, E, X, X, T, S, 4, F, Punkt, D, E. Meistens braucht ihr das gar nicht ganz auszuschreiben. Wenn ihr dann draufklickt, seid ihr sofort hier. Und dann immer der erste Link. Hier gleich, oben rechts, Unterstellungnahme. Neuester Stand. Und schon habt ihr alles Neues. Den neuesten Stand. Ja, das muss hier noch korrigiert werden. Also, tschüssi, bis bald. Also, 56% jetzt. Ja, 56% bei der Bundestagswahl möglich. Mit Kanzlerkandidat Füllmich oder Bhakti oder Wodak, ja. Aber jetzt gerade ist Füllmich da, also ist Füllmich angesagt. Also, tschüssi, bis bald. Ach so, ich muss ja hier gucken. Tschüssi, bis bald. Das war das Füllmich.